Ihr enttäuscht mich, Garrosh. Ihr entehrt das Vermächtnis eures Vaters. Seine Strafe bestimmt nicht ihr allein. Ihr werdet ihn nicht mitnehmen. Wir haben alle unter seinen Schandtaten gelitten. Mein Volk mehr als jedes andere. Er soll sich in Pandaria dem Gesetz stellen. Dort werden wir Gerechtigkeit üben. Für alle. Schaut sie nur an. Schon verschwören sie sich gegen uns. Nutz die Gunst der Stunde, Varian. Reiß die Horde in Stücke. Wachen! Vater, was tut ihr? Die Pflicht eines Königs. Lasst mich mit eurem Kriegshäuptling sprechen. Ich spreche für die Horde. Nun gut. Die Horde hat Abscheuliches begangen, Vol'jin. Doch manche unter euch haben gegen Garroshs Tyrannei gekämpft. Deshalb bin ich gewillt, dieses Blutbad zu beenden. Doch glaubt mir. Wenn eure Horde unehrenhaft handelt, so wie Garrosh, ist das euer Ende.